Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 8. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 965. Heute mit dabei sind die folgenden Themen. App Gallery, Twitter lobt, iMac Pro, Amazon Go und Elgato Wave 3. Ich beginne gleich mal beim ersten Thema. Das ist die App Gallery. App Gallery, für diejenigen, denen das nichts sagt, das ist der App Store, die Google Play-Alternative von Huawei für genannte Smartphones von Huawei. Und die hat im 2020 einen starken Anstieg vonstatten gehen lassen können. Super Deutsch wieder mal. Genau, insgesamt ist der App Store um 83% gewachsen. Das heisst, es wurden 384 Milliarden Mal Anwendungen runtergeladen. Das sind 174 Milliarden Mal mehr als im Jahr davor. Und vor allem der Bereich Gaming, man kennt es ja von den anderen beiden Stores, hat am meisten zugenommen. Auch bei den Entwicklern gab es ein schönes Plus, nämlich von 77%. Mittlerweile sind 2,3 Millionen Entwickler registriert auf der Plattform. Dann geht es weiter mit Twitter. Und da begrüsst der Twitter-Finanzchef die Anti-Tracking-Funktion unter iOS. Unternehmen wie Facebook haben Mühe damit, weil sie die ID nicht mehr auslesen dürfen und so weiterverwenden dürfen wie bis anhin und haben damit auch schon richtig Stunk gemacht. Der Twitter-Finanzchef meint, dass es für sie nicht so wild sei, dass sie eh nicht über diese Möglichkeit Werbung ausspielen. Ich bin mal gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird und vor allem wie es weitergeht generell mit Facebook und Co. und wer da noch so mit drum ist. Dann kommt die Stürrbar, wenn ich sie dann richtig ausspreche. Sie wurde jetzt in Holland gesichtet. Da kommen ja meistens die neuen Ikea-Gadgets, Smart Home-Gadgets als erstes in den Umlauf. Bilder von Mitarbeitern aus Lagern des niederländischen Ikea-Filialen machen da immer wieder mal Fotos und Videos. Und so ist es eben auch passiert mit der nicht ganz so kleinen Stürrbar-Fernbedienung aus dem Hause Ikea. Betrieben mit zwei AAA-Batterien kann man damit die ganzen Produkte im Smart Home-Bereich aus der Ikea steuern. Wenn das Teil bei uns aufschlägt, werde ich mir das auf jeden Fall auch mal ein bisschen genauer anschauen. Weiter geht es in dem Fall mit dem iMac Pro. Apple hat ihn vorgestellt im Jahre 2017. Seither gab es keine grossen Updates mehr. Im letzten Jahr, im August 2020, kam der aktuelle 27 Zoll iMac auf den Markt. Und das sei laut Apple auch die Maschine, die am meisten bestellt wird. Und deshalb war es nur eine Frage der Zeit, dass jetzt eben dieses Gerät rausfliegen wird. Das erste Mal sieht man bei Apple jetzt aber, solange der Vorrat reicht im App Store. Also somit, wer noch mag, soll es bestellen. All die anderen können ja warten, bis der M1-Chip-basierte iMac kommt. Von dem man munkelt, dass der in diesem Jahr noch auf den Markt kommen wird. Dann habe ich noch eine weitere Neuigkeit von Amazon. Die haben den ersten Amazon Go. Das sind diese, ja, du laufst rein, packst alles ein und gehst wieder raus, ohne zu bezahlen. Zumindest nicht an der Kasse. Stores, die Amazon in Amerika schon mittlerweile um die 30 Stück hat. Und jetzt ist in London der erste eröffnet worden. Dieser Arzt soll nicht der letzte sein. Und somit hat man, oder hat Amazon jetzt auch Europa erreicht und beginnt damit zu experimentieren. Wäre ich in London, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Bei uns in der Schweiz gibt es ja auch das eine oder andere in die Richtung von Kiosk und von der Migros in Gränchen. Das ist auch nicht so weit von hier entfernt. Aber da geht das Ganze nicht mit ganz so viel Tracking. Und man muss am Schluss doch noch in der App das selber zusammengesammelte dann direkt bezahlen. Und kann eben nicht einfach nur rauslaufen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gebiet und ich bin gespannt, was sich da noch so tun wird. Zu guter Letzt habe ich euch noch ein kleines Video als Empfehlung. Gestern, vorgestern ging mein Elgato Wave 3 Mikrofon Unboxing und Konfigurationsvideo online. Wenn das Wunder nimmt, ein Streaming-Podcast-Mikrofon, das auf Basis von USB funktioniert. Wer mehr erfahren möchte, in den Shownotes auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens ist ein Link zu dem neuesten Video mit drin. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Start in diese neue Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns bald schon wieder. Bis bald, euer Poughkepsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.